Oder weißt du was? Luna, mach du die Einleitung, wenn ich dir das sage. Oh Gott, bitte nicht. Kann sowas nicht. Nobra kann sowas. Sie redet eh immer. Jetzt, jetzt, Luna, mach die Einleitung. Nein, nein. Nein. Doch, jetzt, Luna, los, mach die Einleitung. Bin ich da? Bin ich da? Nein. Doch, mach schon. Du machst auch Streams, mach auch Einleitung. Nö, mach ich nicht. Ich bin nur da. Okay, ich würde sagen, das lassen wir einfach als Einleitung. Hey, Guys, euer InSmash. Wieder hier am Drücker mit einer neuen Aufnahmesession von Mario Party Superstars. Und ich weiß, dass ich das wieder bereuen würde, wenn ihr die letzte Aufnahmesession gesehen habt. Ja, man kennt's. Das muss man gesehen haben. Muss man gesehen. Das muss man gesehen haben, um das zu glauben. Das war doch eine wunderschöne Runde. Nein, war es nicht. So, es hat so viel Spaß gemacht. Hallo, alles klar? Nein, Todett, es ist nicht alles klar. So, Raum betreten. So, da ist die Luna. Hier wieder 7, 7, 7, 7. Und wir haben einen vierten Mitspieler, der allerdings nicht mitkommentieren wird. Der gute Joko, oder? Ist doch ein R, oder? Ja, ich denke, Joko klingt ein bisschen männlich. Ich sag jetzt einfach mal eher. Wenn du mit jemand anderem spielen möchtest, drücke B. Bäh. Bäh. Drücke Bäh. 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 Ja, sorry Leute, wenn ich vielleicht ein bisschen angepisst klinge, aber... Ja, ich bin auch ein bisschen angepisst von der letzten Runde. Die letzte Runde war mega toll. Nein, die war nicht mega gut. Die sind alle nur auf mich losgegangen. Die war super. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich auch. Wo bin ich denn hier? Da. Nehmt aus Protest einfach Daisy. Ja, und wir wissen alle, was für eine Welt jetzt kommt. Spaceland. Wir werden eh wieder alle nur an der Ecke chillen. Muss nicht sein. Oh je. Das wird dann auch die letzte Aufnahmesession für heute sein, weil wir haben jetzt schon N Uhr. Und ja, da sollte ich nicht mehr ganz so laut sein. Es wird doch kein Rund dafür laut werden. Aber ich mache bei dem Spiel mal keine Versprechen. Vor einiger Zeit entbrannte an diesem Ort in den Tiefen des Weltalls eine Schlacht. Klingt wie nach Star Wars. Ein Superstar besiegte einen bösen König und gab der Galaxie ihren Frieden zurück. Trotz dieses Friedens droht der Galaxie erneut des Unheil durch Luna und Nobara. Deshalb brauchen die Bewohner dieser Galaxie mehr denn je einen Retter. Einen weiteren Superstar. Ist einer unter euch, der dazu das Zeug hat? Ja, kann ja auch sehr viel für die Welt brennen sehen. Ja, dass du die Welt wieder brennen sehen willst, das war ja klar. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Ja, geh. Hau ab. Geh mit Arceus, aber geh. Alles klar. Da leite ich euch jetzt mal wohl an. Ja, wir kennen halbwegs die Regeln, Toad. Wir chillen alle in der Ecke und gut ist. Wir sind Profis. Zuerst dürfen wir um die Zugreihenfolge. Oh, ich hab die neun. Schon wieder eine sechs. Boah, ich darf mal anfangen. Ersten Zug hat Daisy. Den zweiten Zug hat Birdo. Den dritten Zug hat Rosalina. Den vierten Zug hat Yoshi. Yoshi! Yoshi! Bitte drücken, Yoko. Yoko, push the button. Dankeschön. Das sah einfach aus, als ob Birdo die Münzen mit dem Mund auffangen würde. Ja. Als ob die alle so in das Loch reingefallen sind. Oh, guck mal, wo der Stern ist. Oh, nicht in der Ecke. Oh, doch. Nein. Diese Kack-Ecke. Oh, ist das nicht toll? Ey, das Spiel hat noch nicht mal angefangen und ich reg mich jetzt schon auf. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Oh, jeesh. Oh, RCS, help me. Ja. Wow. Okay. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Oh, bist du weit gekommen? Weißt du, ich hab ja, ich hab so gesehen Minus gemacht. Ja, Minus Eins. Alter. Ey, das krieg auch nur ich hin. Äh, Neuberer, red doch mal wieder mit uns. Ja. 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 Ich hab mir gedacht, ich lass euch erst mal quatschen, bevor ihr wieder sagt. Also wenn die Einleitung fertig ist, dann kannst du ruhig wieder mitquatschen, Noberer. Ich dachte, das wäre klar. Ich weiß nicht, wann die Einleitung fertig war. Ähm, also ich würde mal behaupten, wenn wir schon mitten im Spiel sind, dass dann die Einleitung schon längst zu Ende ist. Hoi, oh, Pilz, cool. Hoi, hoi. Hoi, ein Pilz. Halte das Rad an. Oh Gott. Ich dreh schon am Rad. Bowser Junior. Bowser Junior. Bowser Junior. Cool. Das ist nicht Bowser Junior. Gewonnen. Schön. Nice. Hm. Ich möchte, dass Oktopus Gefährt da vorne haben. Ja. Es ist einfach mein Vehicle. So würde mein Weltraum-Vehicle auch aussehen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Sprung-Schranz. Sprung-Schranz. Okay. Was war das nochmal? Ach, nööööö. Ach, da. Ich hasse das. Ich will das erst üben. Ja, ich will das auch erst üben. Der Weg nachher versagen, wenn es ankommt. Ja, bei der Übung ist man immer mega gut. dann wenn es ernst wird ist man einfach alter was so wie haus das possible machst du das ich soll ja danach will ich schlecht sein ja ja das war richtig kacke war ja mal richtig kacke so jetzt jetzt treten uberer wieder am rad wie machst du das mit den daumen drehen aber mein daumen ist da desto kleiner für ich wisch einfach über das touchfeld mache ich auch aber ich war aber eben nicht glitschig genug dafür mein daumen passt zwischen den lücken vom controller perfekt rein ich treffe die tasten einfach nicht der joko ist einfach genauso schlecht wie ich joko wir können uns die hand geben aber aber wie wie ein oberer gesagt hat die übung richtig abgegangen und dann wenn es richtig ernst wird dann ist es immer so ich bin dran laufen lassen ja was dann entschuldige ich mir das war eben ich wollte dich gerade anklicken auch noch mal kommt zur werbung ich mache jetzt ich mache ja minus noch ein mark also so was wie das strömming oh god dieser ultra stinke fischen I weiss nicht ich glaube das wird sie auch nicht mögen ich habe keine ahnung was ein stinkefisch ist aber vielleicht so fermentierter fisch in der dose aber Der ist in Schweden, weil er Schweden beliebt. Da. Kannst ja gleich Hamburger in der Dose servieren. Bitte. Ich sag dazu schon gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ich komme jetzt erst mal zu dir. Und dann habe ich mir gedacht, dann bleibst du noch einen Augenblick länger bei mir in der Ecke. Ach, das ist so nett. Ja, ne? Ich habe mich nur so von hinten angestupst, damit ich auch richtig schön auf ihn drauf sitze. Oh, die Kupplerbank, auch nee. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit Nobara hier wieder so ein Team-Mini-Spiel machen darf. Vielleicht. Aber hey, wir sind in der nächsten Runde. Du kannst jede Menge Geld verdienen, wenn du mit mir spielst. Vielleicht. Haha, das sind meine drei Münzen. Hier hast du die drei Münzen von dem, der der Horn da drauf war. Cool, oder? Das waren meine Münzen. Jetzt sind es meine Münzen. Joko hat einfach den Jackpot geknackt. Er hat drei Münzen gewonnen. Kare, kare, kabu. Wow. Hey, beide Teams haben eigentlich dieselbe Konstellation. Eine Prinzessin und ein Dino. Gott, was war hier? Einfach stampfen, oder was? Äh, ich glaube Münzen einsammeln. Oh ja, Münzen einsammeln. Oh, ich bin so schlecht darin. Ich verfehle immer. Mein Aim existiert halt nicht. Dein Aim. Aim for the Horn. Oh Gott, ich kann mich ein bisschen reinbräulen. Oh, war ich schlecht. Naja. Joko regelt. Oh, Nubara, was machst du denn? Noch ein. Joko, du machst das. Du carriest mich. Oh, wurde reingemacht. Ey. Ich habe sie nochmal alle geholt. Akatsuki, hallo. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Dann kann ich mich nicht entscheiden zwischen links und rechts und bin ich durch die Mitte geflogen. Und habe nichts eingesammelt. Teilt sich der Weg vor dir in links und rechts. Nimm den mittleren Weg. Ja. Was ist, wenn der mittlere Weg in eine Grube führt? Dann geh in die Grube. Ja. So ein Wandel voll verrext. Ja. Ja. Noch nie aufs Navi gehört, wenn er da links abbiegen sagt und man in den Baum reingefahrent. Oh, wir hatten das mal, wo einer so schlau war, wo ich mitgefahren bin. Einfach mal auf die Gleise von der Straßenbahn, die ein paar Meter runter geht, einfach reinzufahren und wir haben auf die andere Seite bekommen. Und in dem Moment kam eine Straßenbahn und wir haben alle nur noch geschrien. Das war echt schlimm. Ich wollte schon aussteigen in dem Moment. Smashti. Wow. Wow. Smashti, nämlich jeder kann eine Neid schon bekommen. Jetzt geht das schon wieder los. Alter, wir verprügeln dich einfach auf den Druckkopf. Jeder ist in einem blauen Schülkrötenpanzer und dann geht's ab. Aber ich bin doch nicht der Star. Ist egal. Ey, Luna, ich muss so aufpassen, dass ich nichts Böses zu dir sage. Ey, Smashti, ich komme zu dir. Guck mal. Du kriegst von mir auch nicht genug. Kann das irgendwie sein? Wow. Also, ich hab das bisschen weiter erwartet. Ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. Du hast mir so viel Lüge gegeben. Der Arsch von Börder so. Das steht auch in ihrem Arbeitszeugnis. Sie war stets bemüht. Ja, das wird auch auf meinem Grab stehen. Wahrscheinlich. Hier liegt Luna. Sie war stets bemüht. Sie war in Final Fantasy. Ende. Sie ging mit Final Fantasy. Sie kam mit Final Fantasy. Sie wird für immer in Final Fantasy sein. Irgendjemand hackt dann irgendwann mal, wenn du tot bist, zu einer Couch. Oh. Muss mich ja nicht mehr interessieren. So, und wo geht's den nächsten Stern? Manche Leute sind ja in Final Fantasy in Rediff auch gestorben. Und die haben wirklich so eine Beerdigung quasi gemacht. So eine Abschiedsfeier. Da haben sich oft welche versammelt, haben Knaller gezündet, getrauert, gebetet und so. Also sind die gestorben gestorben? Ja, in Rina ist denn sie gestorben. Krass. Und dann hat man den Final Fantasy, weil die Final Fantasy-Spieler waren, die getrauert. Wow. Krass. Brauch halt noch Geld für die Party da oben. Ich lass das mal. Wir haben gar nicht die Ecke ausgekostet bisher. Aber Smashy, ich kann ja versuchen, uns in diese Ecke zu halten. So, ich hab ausgegeben, Leute. Der Spaß geht auf mich. Das siehst du schon. Oh Gott, VOS fällt. Du willst so richtig Party machen, ich seh das schon. Ja, das ist so ne Knaller. Puff. 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 Oh. Gut, dass ich die Einzige bin, die das nicht hat. Boah, so viel Geld verloren. Alter. Es sind einfach mal 67 Münzen. Bitte irgendwas Einfaches, was ich schaffe. Und nein. Nicht das. Das hab ich in Mario Party 1 schon so gehasst. Oh Gott. Oh, das ist halt echt fies. Ey, das ist so ein Kackspiel. Das ist auch so ein Kack-Milispiel. Der ist so arschig manchmal zu einem. Ja, der ist manchmal richtig arschig, ey. Zuckt er die rote Flagge, dann musst du doch die weiße nehmen. Jep. Oh mein Gott, das war knapp bei mir. Du! Aaaaaaahhhhhh! Tschüss, Patti! Tschüss, Joppa! Natürlich fechten es wieder die Damen aus. Das sind mal wieder die Damen der Schöpfung, die das hier auskämpfen dürfen. Weiß! Rechts! Links! Rot! Verdammt! Aaaaaaahhh! Tschüss! Tschüss! Alle haben verloren! Jawoll! Fetti! Wir haben beide gewonnen, Mubara. Wir gehen zusammen. Wir sind ein Herz und eine Seele. Die hat uns noch verarschert. Alter! Die hat uns noch verarschert. Aber wir haben bald das Geld bekommen. Ja, ich hab nur sieben eingezahlt. Ich hab mega viel Plus gemacht. Wahnsinn. Ich bin richtig hinterweltlich, der einfach so erholen weiß. Richtig gut. Gratulation! Die Damen haben geschummelt auch nicht. Die haben gar nicht geschummelt. Ihr habt euch den Geist einfach abgeschmissen. Ey, wenn ihr jetzt einen Stern kriegt. Wenn ihr jetzt einen Stern kriegt, ey. Ich hasse ihn auf sein Leben lang. Okay. Schade. Ich hab nochmal Glück gehabt. Ich hätt's ihm gegönnt. Du gönst es allem, nur mir nicht. Vielleicht. Daran merkt man, dass ich dich sehr gerne mag. Ja. Sie ärgert immer gerne Leute, die sie mag. Ach Gott. Jetzt sind hier meine Jump'n'Run-Künste gefragt. Oh, ich hab so Schmerzen, ne? Wovon nur? Aber. Oh. Oh. Tolle Jump'n'Run-Künste hast du da, Smashy. Alter, warum ist... Warum ist diese Füllkröte... Aua, so glitschig. Dabei sind Schildkröten gar nicht glitschig. Ich muss es wissen, ich hatte mal zwei. Oh. Nein. Nein. Ende. Oh, cool. Oh, cool. Nur weil ich ein paar Mal runtergefallen bin, ey. Ich bin 300 Mal auf der einen Schildkröte ausgerutscht. Die hat sich eingefettet. Die hat sich nicht so eingebuttert, das war so eine Butterschildkröte. Ja, sie hat sich einfach dem Panzer eingebonert. Ja. Die war gut in einer Politur gerade, so ganz frisch rausgekommen. Vielleicht hat die auch andere Dinge getan. Oh. Ich will gar nicht wissen, was für Dinge das waren. Oder sie hat sich mit dem Dodo eingemischt. Aber Dodo ist schon rot. Hey, du hast ja mal Geld. Geil. Kannst du auch einzahlen. Danke für dein Verständnis. Sie hat sich angesprochen, was für Geld. Weiß ich schon. Ein Glückszahlwürfel. Jetzt kannst du auch gehen. Geh. Jetzt ist doch auch. Ja, aber runter mit... Oh, wo willst du hin? Luna, du kannst auf die laufen fallen. Äh, waa... Oh. Sie ist irgendwo nach unten bei dir verschwunden. Ich glaube, die ist zwischen die Flossen gegangen. Oha, oha. Yeah, willst du Geld einzahlen? Dankeschön. Tschüss. Für die Kuperbank. VS. Oder BOS. Ich weiß nicht. Hm. Äh. Sam, wo ist der Stern? Ist da oben? Na, komm schon. VS oder BOSE? VS oder BOSE? Er told you, oh nein. Wede, wede, wu. Und raus bist du. Raus bist du. Oh, Gott. Krass. Kriegen wir das heute nochmal hin? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, ich geh zu Rosa. Was? Ich bin mit dir. Oh, oh weh. Vielleicht kommt dir ja auch gleich noch alle mit. Nee, lass mal. Ey, Rosa, na, Schatz, wie geht's? Super, binst du von mir? Keine, lacht der andere, sagt wehe. Oh, das sagt mir vor mit rein. Oh, je. Oh, na toll. Guck mal, meine Freunde sind auch alle da. Weißt du, nur brav vergeigzen, wir dürfen alle dafür zahlen. Ich habe gedacht, ihr wolltet mitspielen. Oh, Gott. Guck mal, das ist so ein schönes Spiel. Das ist so ein tolles Minispiel. Lieber es. Das ist kritisch. Das war Mario Party 1, immer eins meiner Lieblingsminispiele. Ja, mit's auch. Ziel, 80 Punkte oder mehr? Äh, ja. Was für ein Gesicht. Genauso habe ich in der Schule auch immer geguckt, wenn ich eine Antwort auf eine Frage vom Lehrer nicht wusste. Ja. Habe ich mir auch immer gedacht. Wisst ihr, wie scheiße es ist, das zu spielen, wenn du einen Joy-Con-Drift hast? Ah, kenne ich. Ist das okay so? Boah, 87 Punkte. Nein, ich habe zu wenig Punkte. Nein. Warum? Ich habe mir das so viel Mühe gegeben. Tja, aber das ist viel genug. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.